Kannst du mit dem Bike alles machen, was du willst. Und da haben wir auf dem ersten Platz ein Bike aus Deutschland on the first place. There's a bike from Germany. Harley-Davidson in Würzburg Village. Congratulations, first prize in the radical category. Wow, look at this. It's a single V2 1000 cubic. Haben da den hinteren Zylinder abgebaut und das Ding fährt auch noch. Das heißt, eine Harley ist so geil, die fährt sogar mit einem Zylinder. And look at the front wheel, that's the brakes. Not finished, but it will be the brake. It's really, really amazing, this motorcycle. Rigid frame, Harley-Davidson engine, first prize in the radical category. Big applause for you. Thank you very much.